Moin aus Berlin, Sul Sul und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 4 hier auf meinem Kanal. Und ja, ich habe mir gedacht, Lena besucht jetzt mal das Nachbarhaus tatsächlich, um sich das Ganze mal anzugucken. Was wohnen da eigentlich für Typen drin? Die meisten haben Glatze. Okay. Ein Türklopfen, mal gucken, ob wir da reinkommen irgendwie. Das ist ein Club oder sowas. Ach, und hier scheint... Okay. Hey. Ich dachte immer, das wäre ein Wohnhaal. Kein Wunder, dass hier keine Schlafzimmer sind. Oh, das ist ein Wohnhaal. Oh, das ist ein Wohnhaal. Ach, was dieses Wohnhaal. Was ist das? Das ist ein Wohnhaal. Was ist das? Können wir Arwen hierher zitieren? Oh, wir trinken uns mal ein. Zum ersten Mal betrunken oder so ähnlich. Bin juckt's. Mama ist tot. Sitzt nur noch als Geister. Wer will's verhindern? Na gut, ihre... Oh! Oh! Shusha? I'm full fan, Jill. Ah, shite. Ensigny hardgrip on Gibi, Seprim. Zumiform, for Maya. Tag. Slah. Mon Tick. Trink mal. Trink mal, trink mal, trink mal. Deswegen wohnt hier auch keine Familie. Müsste ich das mal wegmachen und ein Wohnhaus da hinbauen. Sie sieht nicht sehr glücklich aus. Warum nicht? Aber immerhin, der Corona-Abstand wird eingehalten, ne? An dieser Stelle übrigens Däumchen-Wand, Träumchen-Abo noch viel schöner. Klickt auf die Glocke, dann erfahrt ihr auch, wenn es was Neues gibt auf meinem Kanal. Und ihr dürft natürlich auch meinem Twitch-Kanal folgen. Däumchen-Wand, trink mal, trink mal, trink mal. Däumchen-Wand. 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 Ich hab ihn verstanden! too viele장님! Ich hab ihn verstanden jetzt! Ja! Was ist das der Nurchel? die Liebsten die Nacht! Aschinen Sie? die Liebsten! nach oben können wir nicht können wir doch ach ja mensch das eigentlich mit alkohol oder nicht das zeug hier das ist ja weggeholt Und wer ist er? Alter. Das hat sie Zeit ihres Lebens schon gemacht. Ich glaube, das würde sie auch noch als Geist tun. Wir gönnen uns einfach was hier. Ey, dann mal hatte ich mir die Chips geklaut. Ja, und die wohnen halt in der Bar jetzt. Das ist natürlich Mist. Ich glaube, das war's. Zurück nach Hause. Die nehmen wir mit. Nehmen wir den auch mit? Den auch. Sollte dann laufen, wa? Vielleicht. Oder auch nicht. Irgendwie klappt das. Achso. Klappt doch. Schneller laufen lassen. So, machen wir die Wände wieder runter. Da geht's ab in die Heimat. Ja, und wir sind auch fast schon wieder am Ende der Folge angekommen. Es ist unglaublich, wie die Zeit heute verfliegt. Und ich würde sagen... Mal ganz kurz gucken. Es ist Lena. Lena ist auf der Arbeit. Das Baby ist da. So, was ist mit Marie? Achso, wir könnten einen neuen Auftrag nehmen. Vielleicht. Das können wir mal machen. Ja, und dann müssen wir nebenbei, wenn wir Nachbarn haben wollen, eventuell mal diese Bader wegreißen. So funktioniert's natürlich nicht, ne? Weiße. Ich hab das jetzt aus Versehen weggeklickt. So, was haben wir? Level 9. Hier, Level 10. Chat ist noch kurz mit dem Kunden und dann kannst du erst mal ins Bett gehen. Oh, nein. Rote, blau und seltsame braune Farbe auf allen Wänden auf ihrem Gesicht. In den Haaren... Ähm... Ähm... Sanft überzeugen. Lena erklärt, dass sie dieses Spiel nicht mag und bittet Ellie, ihr Bescheid zu sagen, wenn sie fertig ist. Sie geht nach draußen. Ein paar Sekunden später kommt Ellie mit gesenktem Blick und vorgeschobener Unterlippe heraus. Sie säubert die Wände. Nach einem heißen Bad und ein paar Geschichten schlummert sie zufrieden in ihrem Bettchen ein. Na, siehste mal. Ah... War, glaube ich, jetzt erst mal der Chat mit dem Kunden, ne? Ich glaube, er kommt schon hin. Oh, wir haben die Biografie schon geschrieben. Okay. Dann können wir... Hier haben wir doch nicht. Wusste ich doch. Lena ist nicht da, du Held. Aber wir sind am Ende dieser Folge angekommen, wie es weitergeht. Das sehen wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder mit dabei seid und sagt bis dahin erstmal ciao, ciao. Macht's gut. Und ja. Bis dahin. Macht's gut. Tschüssi. Tschüssi. Musik Bis zum nächsten Mal.